Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um das neue Update für Lightroom CC Classic und das soll eine erhebliche Performance-Steigerung bringen. Und in diesem Video möchte ich dir ein paar genaue Infos darüber geben und ob das wirklich funktioniert. Viel Spaß! Lightroom CC Classic Februar 2018. Das Update ist gerade rausgekommen und Adobe wirbt damit, dass Lightroom wesentlich schneller geworden ist. Und das wollte ich natürlich nicht missen und habe es mir gleich runtergeladen, um das jetzt auszuprobieren. Ganz kurz die Info, was hier Adobe alles neu gebracht hat. Es geht im Endeffekt hauptsächlich um diese Performance-Steigerung. Das bedeutet, Lightroom soll schneller geworden sein. Und hier auf dem Blog von Adobe kann man dann auch genau sehen, was damit gemeint ist. Also man kann hier zum Beispiel schneller das Import-Grid laden. Man kann insgesamt schneller importieren und dabei auch die Previews generieren. Man kann schneller zwischen den Bildern hin und her switchen, was richtig cool ist, gerade wenn es darum geht, viele Bilder auszuwählen. Also wenn man zum Beispiel eine Hochzeit geschossen hat, war das ja bisher immer so dieses Problem, dass Lightroom sehr langsam ist, was Vorschau generieren angeht. Und das soll jetzt wesentlich schneller gehen. Da bin ich besonders gespannt drauf und das möchte ich auch gleich wirklich mit dir live hier ausprobieren. Dann natürlich auch das schnellere Rendering von den Bearbeitungsschritten, die du an deinen Bildern machst. Es soll auch schneller gehen, dass du HDRs und Panoramen zusammenstitchen kannst und der Export soll auch schneller gehen. Ich will mich jetzt mal ganz besonders hier darauf konzentrieren, auf diesen Punkt hier, dass man schneller durch die Bilder quasi zappen kann, um dann hier die Auswahl zu treffen. Weil das ist für mich so das Wichtigste. Wenn ich bearbeite, dann ist es natürlich auch schön, wenn man möglichst in Echtzeit alles hat. Aber wenn es mal so eine halbe Sekunde lag, dann ist es für mich nicht ganz so wichtig, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich schnell durch die Bilder durchgehen kann. Da gab es ja bisher immer so Alternativprogramme, wo man es dann schneller machen konnte, wobei ich natürlich in einem Programm bleibe. Das Ganze hat jetzt noch einen Haken und den finde ich wirklich sehr, sehr schade. Das Ganze funktioniert nämlich erst, wenn man mindestens 12 GB RAM Arbeitsspeicher hat. Ja, und das hat natürlich noch nicht jeder Rechner, wobei ich es natürlich auch wieder sagen muss, in der heutigen Zeit braucht man eigentlich schon auch ein paar GB Arbeitsspeicher. Von daher, wenn du da erst 8 GB oder so hast, vielleicht rüstest du dann einfach mal auf, dann macht das Bild bearbeiten insgesamt auch einfach mehr Spaß. Aber das ist natürlich eine kleine Hürde, die man nehmen muss. Und jemand, der einen älteren Rechner hat, da kann es durchaus sein, dass man noch weniger als 12 GB RAM hat. Und dann funktioniert das Ganze halt nicht mehr ganz so gut, wie wenn du mehr als 12 GB RAM hast. So, wir wollen das Ganze jetzt aber mal ausprobieren und mich interessiert jetzt besonders hier, wie man durch die Bilder durchzappen kann. Und ich habe jetzt hier einfach mal Lightroom aufgemacht. Das ist jetzt hier die neue Version, also die geupdatete Version. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Ordner aufgemacht, wo ich hier in Dubai war und ein paar Bilder gemacht habe. Und ich bin jetzt hier im Bibliotheksmodul drin. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen, einfach mit der Pfeiltaste hier mal durch die Bilder zu gehen. So, das sieht jetzt aber schon mal ganz gut aus, muss ich sagen. Also ich tippe jetzt hier mal und es ist auch wirklich im nächsten Schritt sofort immer da. Ich glaube, was Lightroom jetzt oder was Adobe jetzt hier an Lightroom geändert hat, jetzt sieht man das auch gerade, wenn man dann mal länger auf einem Bild bleibt, dann lädt das ganze Bild nochmal nach. Also dann lädt wirklich erst die RAW-Datei nach. Ich glaube, dass sie das jetzt irgendwie so gelöst haben, dass es hier wirklich so kleine, ich weiß nicht, ob es JPEG-Vorschauen sind, aber auf jeden Fall werden die Vorschauen klein generiert und können dadurch sehr schnell geladen werden. Und die komplette RAW-Datei wird dann im Nachhinein geladen, wenn man länger auf dem Bild bleibt und es klar ist, dass man dieses Bild jetzt bearbeiten möchte. Ja, also wenn ich jetzt hier weitergehe, zack, das funktioniert wirklich schon so ganz gut und wenn ich dann länger auf einem Bild draufbleibe, dann wird diese RAW-Datei nachgeladen. Und das ist noch eine sehr, sehr coole Sache, dadurch ist Lightroom wirklich tatsächlich schneller geworden und ich muss auch wirklich sagen, erheblich schneller geworden. Also gerade jetzt hier in der Auswahl ist es vollkommen okay, wenn das Bild jetzt im Nachhinein nachlädt, wenn ich es bearbeiten möchte, aber jetzt so für den Anfang, dass man jetzt hier einfach so durchzappen kann und seine Bilder sofort sieht, wie man sie gerne hätte. Das ist schon echt richtig cool. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Lass uns noch mal ganz kurz schauen, was die anderen Sachen hier in dem Update noch bringen. Es ist jetzt möglich, dass man aus Ordnern auch Sammlungen erstellen kann, ob man es nun unbedingt braucht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Man kann jetzt auch in Unterordnern suchen und was war noch? Ich glaube, es waren auf jeden Fall so ganz kleine Änderungen, die man nicht wirklich braucht. Aber für mich der größte Vorteil tatsächlich die Performance-Steigerung in Lightroom und die ist wirklich da. Ja, es ist natürlich immer noch nicht echt Zeit, so wie man es gerne hätte, aber es ist definitiv eine Leistungssteigerung zu davor. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, falls du Fragen dazu hast und ich sie dir beantworten kann vielleicht, dann einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten natürlich auch immer den Adobe-Support mal anschreiben, falls da irgendwelche speziellen Fragen sind, die ich gar nicht beantworten kann. Und den Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen, falls du es noch nicht getan hast, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Ansonsten schau mal auf meinem Online-Store vorbei, da gibt es Workshops und Videotrainings und ganz aktuell ist der Workshop in Berlin ein Zweitages-Workshop, wo wir Rooftoppen gehen. Das bedeutet Berlin von oben sehen und zwar eine ganz exklusive Location in Berlin. Eigentlich die beste Location, die ich kenne in Berlin von oben. Also, wir fotografieren direkt auf den Alexanderplatz und das ist dort in dem Workshop mit dabei. Ansonsten natürlich auch Bildbearbeitung, wird auch in dem Workshop mit dabei sein, also nicht nur Fotografie, sondern auch Bildbearbeitung. Du lernst meine Technik der Luminanzmasken kennen, wie ich meine Cityscape-Bilder aufnehme und das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Schau auf jeden Fall in meinem Online-Store vorbei, den Link siehst du unten in der Infobeschreibung. Also, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Tschüss!